Was ist Vorhofmixom? Ein Vorhofmixom ist ein Tumor, der sich am Vorhofseptom entwickelt, normalerweise an der oberen linken oder rechten Seite des Herzens. Das Wachstum ist gutartig und birgt kein Krebsrisiko. Die Erkrankung kann jedoch neben allgemeinen Symptomen verschiedene medizinische Probleme verursachen, darunter Herzinsuffizienz und Embolien. Patienten, bei denen ein arteriales Myxom diagnostiziert wurde, wird von Ärzten empfohlen, den Tumor so schnell wie möglich zu entfernen. Die Erkrankung wird als primärer Herztumor eingestuft, was bedeutet, dass es sich um einen der wenigen Tumoren handelt, die direkt im Herzen entstehen. Etwa 75% der Vorhofmixomifälle entwickeln sich aus Mesenkymzellen, die sich auf der linken Seite des Atriums befinden. In etwa 10% der Fälle sind Myxome erblich und wachsen in mehreren Bereichen des Herzens. Patienten mit einem angeborenen arterialen Myxom zeigen häufig Symptome in einem früheren Alter als diejenigen, deren Zustände nicht erblich sind. Bei Patienten, die an einem arterialen Myxom leiden, treten mehrere Herz- und Atemwegsbeschwerden auf. Zu den am häufigsten berichteten Symptomen gehören Brustschmerzen, mittleres bis starkes Herzklopfen und Kurzatmigkeit. Darüber hinaus können die Patienten unter plötzlichem unerklärlichen Gewichtsverlust, starker Übelkeit und anormalen Schwellungen in den Ziffern und anderen Körperteilen leiden. Die schwerwiegendsten Fälle eines arterialen Myxoms können zu einem plötzlichen Tod führen, wenn Tumorzellen abbrechen und tödliche Immobilismen verursachen oder indem sie den Blutfluss im Herzen blockieren. Es ist auch möglich, dass Teile eines arterialen Myxoms zu den Augen und zum Gehirn gelangen und die Organe erheblich schädigen. Die Diagnose eines arterialen Myxoms beginnt mit einer gründlichen Untersuchung der Anamnese und der Symptome des Patienten. Der Risikofaktor ist für Patienten mit Angehörigen, die an der Krankheit litten, und für weibliche Patienten erhöht. Das Wachstum verändert oft den Blutfluss im Herzen, was bei der Untersuchung mit einem Stethoskop zu ungewöhnlichen Geräuschen führt. Wenn die Ärzte einen Tumor vermuten, können sie mehrere Tests durchführen, um das Herz visuell zu untersuchen. Dazu gehören Elektrokardiogramm-Tests, Magnetresonant-Tomografie des Herzens und Röntgenaufnahmen in der Brust. Wenn ein arteriales Myxom entdeckt wird, muss es sofort operativ entfernt werden, um das Risiko eines plötzlichen Todes zu vermeiden. Chirurgen sollten darauf achten, jegliche Spuren des Wachstums zu entfernen, da zurückgebliebene Myxomazellen sich zu neuen Tumoren entwickeln können. In schweren Fällen ist der Schaden am Herzen so groß, dass die Mitreiklappe ausgetauscht werden muss.